so dass wir an jetzt mal angucken der war richtig super amen galette hero ja liebe freunde ein feuerwerk der action und super movie und regisseur war weil auch jung biao war der hartdarsteller anthony wong hat mitgespielt ken lo nikolais c funnies ning hat mit gespielt ja also wirklich die stars der action szene wie man so kennt ja und ein klasse film wenn wir uns gleich drauf gegangen auf den movie ja auf jeden fall auch schönes cover blu ray finde es gut wenn die blu ray eine andere farbe hat außer blau auch wenn es blu ray heißt da edels schwarz passt auch zur stimmung von dem film ja und auch der hintergrund ist sehr gut ja einfach ein kleines film spoiler an der stelle ja jetzt passt es wieder also müssen wir kann man richtigen winkel einstellen so freunde euer kung fu commenter liefungisch online niemals aufgeben niemals kapitulieren ja ja wenn man den turm da wegbaut wird schon wieder kleiner finde ich gut das motiviert ja von auf den film reingegangen auch reingegangen ja ich habe mir was von marcel angeschaut also wenn ich was vom stilbuch bringe dann bringt dann drauf der marcel ein clip wo er nur seine stilbuch vorstellt ja und wenn ich mir ein film ins eck schmeiße wo mir nicht gefällt dann schmeißt der marcel auch einen film rum dann schmeißt der marcel auch einen film rum in seinen clips wo ihm nicht gefällt und da muss ich sagen mich zu kopieren ist wirklich das irdischste und aufrichtigste lob oder marcel mehr machen kann und ja da ging es auch um diesen film proff von einer schwarzer mehrjungfrau den den wir auch gerne anschauen und dann das von meiner perspektive dann betrachten finde ich gut dass die da jetzt auf die afroamerikaner amerika da eingehen und da auch das machen und dass die kinder da die kinder da auch einen film anschauen und sich darüber freuen können und da auch vorbilder haben in so der fantasiefiguren gut ich hätte es mir gewünscht wenn es jetzt nicht wenn es zum beispiel ja auch nicht nur für die afroamerikaner wo diese film sehen können ist doch so was toll super und jetzt mal gewünscht wenn sie da noch extra was gemacht hätten wie zum beispiel sophie und dann hat er eine afrikanische mehrjungfrau das wäre doch auch super gewesen gewesen ja aber warum nicht ja neue idee kann den film nicht beurteilen haben wir noch nicht gesehen wohl ist nämlich der immer gute filme ich bin auch gespannt ich finde den punkt politische korrektheit sehr gut und kann man ja machen also gute idee marcel hat ja noch eine eine inspiration in den rahmen geschmissen für wald disney die chinesische elise wunderland super ich hoffe das wird dann von wald disney gedreht würde ich mir gleich anschauen ja ja also politische korrektheit kommt davon in was ja und überhaupt aber dass man da auch versucht toleranz jede kultur zu tolerieren will und auch wo das nicht auch was machen will finde ich super jetzt gehen wir auf den film ein ja das ist ein film der wurde auch bestimmt gefallen lieber marcel und jung biao der ist ja eine legende ja das ist ja der kunfu bruder von cheki chan das war der sammung cheki chan und jung biao die als kinder zusammen kunfu gelernt haben in der europa ping high school in hongkong und sammung war eigentlich der erste wo der bekannt geworden ist ja und dann cheki chan und 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 dann jungen biao die haben die haben zu dritt auch immer auch viele filme gedreht aber dann auch solo gute filme gedreht und die machen alle drei mal natürlich erstatt selber ja und jungen biao ist auch eine legende so recht gewicht der quasi sehr viel stile kann und seine flick flachs und high fly action bekannt ist ja okay zum beispiel so wo die drei aber action hat gespielt haben also eine legende was die showkampf film angeht aber auch für echte wettkämpfe hat jungen biao auch viel geleistet und auch im sv bereich hat er schon auch einiges gestimmt im wirklichen leben aber für showkampf und stand zwar jungen biao auch sehr gehörter zu der elite zu den führenden persönlichkeiten und spoiler nahm an der stelle der film baut sich so magisch auf mit chinesischer musik mit schöner musik mit schnee mit der chinesischen kultur und dann wurde es verlagert die reist nach amerika und dann ist der film gegen rassismus ja und blättert halt das problem auch auf was ja wirklichkeit war dass die chinesischen leute da als sklaven behandelt worden ist sind und bei wong fai hung wird das thema auch immer wieder aufgerollt bei bei chet lee und da die wong fai hung ecke stelle den titel film übrigens hat bei wong fai hung auch mal jungen biao mit gespielt neben chet lee und jetzt wieder zu diesem film ja da kämpfe die gegen rassismus und da wird auch gegen den kuktuksklan kämpft den ein nach ninjas vor und so weiter aber trotzdem gut erfüllt mit action und mit showkämpfen passiert dann aber richtig krassend ja richtig gute showkämpfe mit guten techniken und wird immer der chinesische kultur hochkann finde ich immer super und was ein bisschen ist was ein bisschen was so punkte was was ich zum beispiel als negativ fand die story war so unübersichtlich manchmal auch 10er die waren ein bisschen schleppend wo nicht gleich die unterhaltung da war und das war aber sonst schöne musik schöne landschaften perfekte schauspieler perfekte martial arts artisten ja und ja der film hat action die körperliche beherrschung von dem von dem kämpfer und modern computertechnik geht so hand in hand dass das dass das kein widerspruch ist sondern zusammen sehr schön harmoniert und der film ist wirklich ein meisterwerk und ja in hongkong machen sie ja wirklich klasse filme martial arts filme sind eigentlich so mein lieblingsgenre muss ich sagen ja und jubbjau wieder zu leben göttlich ja göttlich ja hat mir sehr gut gefallen der film man gesehen war so sehr zu also sehr traurig wenn irgendjemand starb zum beispiel frau die dann schwanger war hat sie zwillinge geboren und dann starb sie in hohem blutverlust das sehe ich nicht gerne aber war in der story drin also perfekte schauspieler martial arts kämpfer perfekt wie sie die chinesische kultur nach vorne bringen ja perfekt wie sie gegen kassi gegen rassismus kämpfen ja und perfekte musik auch ja also und perfekte computertechnik wenn mal welche kamen ja also der film hat ein herzchen verdient ja ja so ja ja bei den ganzen mal so punkte verteilen aber das möchte aber selber nehmen ich möchte was ja nicht kopieren ja 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 ich finde es gut so zum anderen thema dass sie da afrikanische mehrjungfrauen finde ich gut dass auch die afrikanische leute geert werden und dass wo disney auch da spartei aufmacht finde ich ganz gute idee sowas ja Jajajaja und tschüss tschüss Entschuldigung, freundlich. Ja, wer findet ihr gut? Vielleicht gehe ich da auf die homosexuelle Schiene ein, weil... ...muss ja nicht anrühchig werden, weil... ...kommt ja oft wohl das die Liebestäne zwischen Mann und Frauen, die sind auch nicht anrühchig, sondern sind halt rührende Liebesgeschichten. Können vielleicht sie auch... ...ja, zwei Frauen sich einander verlieben, oder... ...ja, oder zwei... ...ja, Typen... ...wenn es nicht anrühchig ist und... ...keine Sexlinie hat, sondern einfach nur eine Story... ...so ohne Andrühigkeit, ohne Schlüpfrigkeit... ...so einfach nur eine romantische Geschichte... ...dann wäre die Szene auch bedient, dann wäre es ja noch politisch korrekter... ...wäre nicht schlecht, ja, also... ...nur einfache Story, ohne Sexhandlung, ohne... ...Schlüpfrigkeit, sondern einfach wie sie halt dann... ...so auch so Heterogeschichten immer aufziehen... ...so wie... ...ja... ...Mulan oder Pocahontas oder so... ...das ist ja immer so, wo ein Mann oder Frau sich... ...verliebert und... ...dann... ...Drama und sonst was passiert... ...können sie in der Schiene auch machen... ...ja, also... ...wenn die Geschichte und die Handlung stimmen und es unterhalten, ist doch in Ordnung, ja... ...und das sage ich als hetere Persönlichkeit, also... ...wäre aber interessant, ja... ...ja... ...ja gut... ...wenn hier noch ein bisschen andere Meinungen können, wir schreiben... ...ich lasse mich auch gerne von einer anderen Meinung überzeugen... ...wenn... ...die gut begründet ist... ...lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren... ...aber... ...politisch Korrektheit... ...ja... ...es gibt auch... ...ist auch nicht immer meine Linie... ...aber... ...es gibt auch viele, viele Punkte, wo ich dafür bin dann auch, ja... ...also... ...so... ...und... ...wenn wir wieder in die Sparte rein... ...kutscht... ...also... ...die afrikanische Arielle... ...die ich gerne anschauen... ...gern... ...ähm... ...deswegen... ...ist ja jetzt... ...die alte Arielle nicht schlecht... ...also... ...wenn ich auch... ...auf mehrere Ideen gekommen... ...ja... ...so... ...ja... ...also... ...Yung... ...Yung Biao... ...ein sehr guter... ...Schauspieler... ...kämpfer... ...her auch einer von meinen Vorbildern... ...der Film ist auch so aufgemacht... ...wie so... ...in die 90er... ...ja... ...übrigens habe ich halt bei Netflix weitergeschaut... ...bei... ...äh... ...ich schaue das immer da... ...Madonnai... ...äh... ...bei... ...Hurry Danger... ...und war sehr begeistert... ...als dann... ...auf die... ...Fundaments... ...die auch da drin vorkommen... ...so die Fundaments einer Extraserie... ...und... ...ja... ...war gut... ...war gut... ...hat mir gefallen... ...ich liebe Netflix... ...ja... ...man kann ja trotzdem Filme sammeln... ...und... ...äh... ...Strimmendinchen... ...bereiche... ...die nehmen die ja nichts weg... ...und die Leute sind immer noch... ...also bei uns voll mit Filmen... ...ja... ...Drucker Rühmüller... ...ja... ...habe letztes Mal gesagt... ...da hat Drucker Rühmüller... ...na Straße... ... mit Filmen... ...und da habe ich den Clip... ...trennen... ...und auf einmal... ...die da... ...eine Straße... ...mit aufgemacht... ...und sonst... ...hat Drucker Rühmüller... ...und die ganze Wand voll hier... ...und die Korbel voll... ...mit Filmen... ...also... ...da gibt es schon noch einen guten... ...wo du als Filmsamer... ...Gold findest... ...den habe ich beim... ...Drucker Rühmüller gekauft... ...ja... ...so jetzt wollen wir den Clip... ...beenden... ...ich wünsche euch... ...Happy Halloween... ...ja... ...liebe Freunde... ...passt noch vor euch auf... ...Zeit sehen...